Wir Deutschen lieben unseren Moor. Genau deswegen haben wir in Drova auch ein Moorgebiet eingebaut. Und ich zeige und erzähle euch, was wir diesen Monat bei Drova geschafft haben. Unsere Open-World-Rollenspiel. Seid gespannt. Punkt Nummer 1. Wir haben unser Rotmoor ausgebaut. Rotmoor? Warum heißt es Rotmoor? Weil es natürlich sehr rot wirken soll. Es soll kein typisches Moor sein, wie man es aus Rollenspiele kennt, wo du immer geslowed wirst, wo alles düster aussieht, wo es gefährlich aussieht. Nein, es soll wunderschön aussehen. Es soll idyllisch aussehen. Es soll friedlich aussehen. Aber, Freunde, der Schein trügt natürlich. Denn dort gibt es Blutfliegen oder relativ viele Insekten. Und es gibt auf der anderen Seite Frösche. Und die kämpfen quasi gegeneinander. Und das ist natürlich das, was wir eingebaut haben. Das ist so dieser Layer, der dort in diesem Moor ist. Aber natürlich gibt es dort auch super viele Sachen zu finden, Freunde. Ich sage nur, Moorleichen gibt es dort zu finden. Es gibt sogar auch Geister. Es gibt auch andere Kreaturen dort zu finden. Aber das müsst ihr selber rausfinden. Punkt Nummer zwei. Wir haben unsere Fraktion überarbeitet. Wir haben ja zwei Fraktionen, liebe Freunde. Und wir haben uns jetzt Nemeton angeschaut. Das ist unsere zweite Fraktion, der du dich anschließen kannst. Und wir haben dort mal geguckt, was können wir noch verbessern? Was ist die Langzeitmotivation, dass man als Spieler dort bleibt? Und Nemeton hat quasi den Fokus darauf, dass es eine familiäre Umgebung sein soll. Dass du quasi, ich sage mal so ein bisschen, als Polizei dort auftrittst. Als Kämpfer, als Kämpferfamilie, als Kämpferin bist du dort vertreten. Das heißt, du hast typische Probleme, wie zum Beispiel, oh, ich muss was kochen, oh, da ist ein Problem. Oh, der klaut mir was. Guck du doch mal, was man halt so kennt, wenn man auf dem Dorf lebt oder in einer Stadt lebt. So ein bisschen. Und das wollen wir probieren, da so ein bisschen zu bedienen. Wir haben probiert, diese Familien mehr zu definieren. Denn es gibt in Nemeton vier Familien. Das sind einmal die Händler. Das sind einmal die Handwerker. Das sind die Druiden. Und das sind die Kämpfer. Und du gehörst einer Familie an. Und natürlich, Freunde, wie ist es in jeder Familie, es gibt immer Streit zwischen den Familien. Und das haben wir eingebaut. Punkt Nummer drei. Wir haben Zauberborn zum Spiel eingebaut. Viele, die unsere Demo gespielt haben, haben gesagt, oh, das Kampfsystem ist cool, man kann kämpfen, alles klar. Aber was ist mit Zaubern? Und jetzt sind sie endlich drin. Wir haben um die 30 Zauberborn zum Spiel. Ich zeige euch gerade hier mal so ein paar Zauber, die wir haben. Dazu gehören Beschwörungszaubern, aber auch CC-Zaubern, dass ich meine Gegner von mir fernhalten kann. Dann auch Damage-Zaubern, Waffenbedingte-Zaubern. Das heißt zum Beispiel, ich kann mit meinem Schwert einen bestimmten Zauber machen. Ich kann mit einem Bogen bestimmte Zauber wirken. Das heißt, sie sind Waffenabhängige-Zauber, sage ich mal so ein bisschen. Und die sollen ballern, Freunde. Die sollen richtig ballern. Da soll man sich richtig geil fühlen, wenn man diese Zauber benutzt. Denn du findest die Zauber erst bei uns später im Spiel. Also du kannst sie quasi erst konstant wirken. Du findest bei uns Zauber Spruchrollen, wie man das so kennt, relativ früh. Und lernst du alle Zauber so ein bisschen kennen. Und sie helfen dir auch in vielen Situationen weiterzukommen. Aber so richtig zaubern, lernst du erst, sage ich mal, nach 10 Stunden Spielzeit ungefähr. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt es mal in die Kommentare, wie sie euch gefallen, so den ersten Eindruck. Ich bin super gespannt. Punkt 4. Und das freut mich wirklich, euch das jetzt mitzuteilen. Deswegen habe ich es auch als letztes genommen, weil es das Beste ist. Wir haben Rüstungen eingebaut, Freunde. Und hier seht ihr mal ein paar Rüstungen bei uns. Und wir haben insgesamt halt so, bei uns im Spiel gibt es eine leichte Rüstung und eine schwere Rüstung. Eine leichte hat dementsprechend Vorteil und eine schwere halt auch. Und da gibt es natürlich dann T1 und T2. Die bekommt man dann, wenn man sich in Fraktion anschließt. Oder wenn du andere Geheimnisse in unserer Welt lüftest. Aber hier haben wir auf jeden Fall unsere Fraktionsrüstung gemacht. Und Freunde, für uns war das ein Mega-Boost, weil es einfach super geil ist, Rüstungen zu sehen. Ich finde Rüstungen einfach Magic. Und wir wollen natürlich da auch so ein bisschen das Narrative erfüllen, sage ich mal, die Vorstellung erfüllen. Ich bin ein richtiger krasser Kämpfer mit einer Paladin-Rüstung, so übertrieben gesagt. Passt natürlich nicht bei uns in Keltentum oder unser kältisch inspiriertes Spiel rein. Oder ich bin halt einer, der eine leichte Rüstung anhat und der schnell kämpfen möchte. Wir probieren halt, verschiedene Spielertypen abzuholen. Und ich bin einfach super stolz drauf. Und ich freue mich endlich, dass wir dieses Date haben. Denn, Freunde, ich möchte ehrlich sagen, ich kann unsere nackten Charaktere bei uns in Drova nicht mehr sehen. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt Rüstungen haben. Das war Update-Stream Nummer 25. Wenn ihr mehr sehen wollt, folgt uns auf Twitter, TikTok und alle Social-Media-Kanäle. Und schreibt auf jeden Fall einen Kommentar hier runter. Würde mich mega interessieren, was ihr als nächstes sehen wollt. Und wenn ihr sonst Fragen habt, kommt auf den Discord. Ich freue mich drauf. Ich bin raus. Euer Chris. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.